Im letzten Part haben wir genau hier aufgehört, vor dem Tower, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe. Und, ähm, ist Mario... Ich war gerade vorerst dran, ne? Ist Mario jetzt hier klein, groß? Oh, jetzt kommt das. Oh, jetzt wird's krank. Oh, shit. Ja, das wird spaßig im Moment. Ne, das ist nix. Ah, das ist die Starcoin, ist da oben. Die kommt jetzt auch noch da ran. Hab ich? Oh, shit, geil. Äh, die Frage ist... So, ich muss ja folgen, weil ich nicht weiß, wann der hier komplett hoch geht. Okay, haben wir. Beweg dich. Und rauf. Na, komm. Oh, shit. Ach. Meine Fresse. Ach so, der dreht um. Ja, das weiß ich auch, ne? Das konnte ich ja auch natürlich riechen, ne? Ja, ich kann ja wie alles riechen, ne? Äh. Okay, sind wir schon mal hier. Genau. Beweg dich, du fetter Stachelball. So, eigentlich ist der Zorn, der Stachelkugel, das ist ja alles okay. Genau, da kommen die. Genau, perfekt, 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 perfekt. Oh, shit. Schauen wir das? Ja. Wir schaffen das. Perfekt. Ich glaube, wir sind falsch. Da war nichts runtergekommen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die Frage ist, genau. Ach du. Ach du, scheiße. Alter. Übertreib mal. Genau. Oh mein Gott. Yeah, Alter. Das ist... Das ist heftig. Ach du Sch... Kacke. Ja, klar, Alter. Wir können aber darüber unterhalten, dass das jetzt langsam ein bisschen über zu geben ist, was hier abgeht. Oh mein Gott. That's too heavy for me. Meine Güte. Meine Fröhnisse. Ja. Was kommt jetzt? Was hast du vor mit ihm? Ja, weil er erkannt jetzt. So, hab ich. Bam. Du wirst mich nicht aufhalten, Alter. Siehste? Was hab ich gesagt? Du kannst mich nicht aufhalten. Aber ernsthaft? Das war ein kranker Turm. Wirklich. Das war ein wenig zu krass. Ehrlich gesagt. Okay. Wir speichern und gehen mal rein. Es führt in den Tiefen des Waldes. Oh. Okay. Oh, nein. Was kommt jetzt für eine kranke Scheiße? Moment. Genau. Gehen wir da rein. Das wird spannend. Wie kommen wir jetzt hier durch? Der Boxer. Hier bin ich. Oh, shit. Ähm. Haben wir uns geoutlockt? Nein, haben wir uns noch nicht. Wir haben uns noch nicht final geoutlockt. Wir haben uns. Durchgespielt. Die Tür haben wir uns angemessen. Die Tür haben wir schon durch uns. Ich gehe durch die Tür. Oh ja, Alter. Das hab ich gebraucht. Danke. Äh. Leck mich. Oh mein Gott. Ah. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Was ist hier? Oh, ich glaube, wir haben was verpasst. Ich glaube, wir haben was verpasst. Ich bin mit ganzem verpasst. Dann werden wir da hoch springen sollen. Okay. Verpisst euch. Die Frage ist, wo ist, was ist? Äh. Hallo. Yeah. Dann mal los. Und? Was hat der Stein gebracht? Nix. Aber ich glaube, wir haben wirklich die zweite Seite verpasst. Die haben wir die zweite Seite verpasst. Das war der normale Exit. Ich sag's euch. Das war der normale Exit. Der richtige ist wohl ganz anders. Was? Das war schlecht. Wortwörtlich. Ich wette. Wir werden den Ausgang auch finden. Den richtigen, den ich suche. Dann nehmen wir mal diesen Aufzug. Dann nehmen wir mal diesen Aufzug. Genau. Dann los. Bewegt euch. Genau. Moment. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja, komm. Beweg dich. Ah. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir bleiben am Ball. Immer höher. Immer höher. Immer höher. Ja, ich weiß die Stelle. Ich weiß die Stelle noch. Die ist da oben. Schön hochfahren. Genau. So ist es gut. Da wollte ich doch. Wohin? So. Hab ich? Hab ich? Geh mal rein. Die dritte Coin. Und wir haben es geschafft. There it is. The Secret Exit. Woher wusste ich das wohl nur? Ich hab erst gemerkt. Aber eine Coin fehlt noch. Und ich glaube, ich hab ne ganz böse Vorahnung, wo die Coin ist. Aha. Da ist doch ein Weg. Wofür das wohl hin? Na bitte. Genau. Dann nehmen wir schon mal uns das mit. Ich würde sagen, wir haben alle Coins zusammen. Geile Scheiße. Frage ist natürlich, gehen wir jetzt links oder rechts lang? Ich würde sagen, wir machen links weiter mit der 4. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Gemalt von Geisterhand. Ja. Glaube ich fast auch, ne? Alter. Das sieht so absolut cool aus. Ich wollte gerade sagen, es sieht scheiße aus. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es wäre scheiße, dann... Naja. Wäre ein bisschen unfreundlich. Würde ich mal behaupten. So. Beweg dich, Röhre. Genau, da wollte ich hin. Genau. Hab ich. Perfekt. Wer endet den Stern noch? Oh. Das war... Nice gestrikt. Nice durchgezogen. Und direkt hier. Den... Den... Die Sternmünze. Alter. Wer das gesehen hat. Weiß. Ich bin scheiße. Wir haben jetzt die Coins nochmal. Gehen hoch. Und haben immer noch den Stern. Gleich haben wir eine Combo. Das wäre... Sehenswert. Nein, leider nicht. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Na, forget it. Wir schaffen es nicht auch. Außer bringen uns nochmal Feuer um. Was ich auch tun werde. Ganz... Hochprofessionell. Greife darauf zurück. Ich brauche dringend neue Eicheln. Ganz dringend. Ich brauche nicht meine armen Eicheln. Danke. Ist die Frage. Wir gehen mal hier weiter. Äh. Wow. Wow. What the fuck. Die Frage ist, wie wir das jetzt holen werden. Äh. Genau so, ne? Der will jetzt mich mobben, oder? Ich habe keine Ahnung, was der Fall soll. Ich habe so eine ganz böse Vorahnung. Ich gehe mal hier rein. Hier ist gar nichts. Was soll das? Wir müssen das Spiel jetzt verarschen. Ähm. Das Spiel will ich selbst verarschen. Secret Exit. Das ist... Interessant. Die World of Secret Exits. Ähm. Geil. Geil. Geister, ne? Ah. Mal was euch wirklich gemacht. Was wäre denn beim normalen Exit? Garantiert nix, ne? Oder? Ich probiere was aus und da waren wir weit mit dem normalen Level. Beim normalen Exit... Ja. Machen wir einfach nochmal nur rot rum, ne? Also müssen wir Secret Exit machen. Interessant. Ich bin so interessant, dass wir jetzt... Äh. Äh. Ich muss gucken jetzt. Ja, bring dich um. Und du stör mich nicht so an, Alter. Ja, du vor allem nicht. Ja, verdammte Scheiße. Ist da was? Ja, da ist was. Genau. Und... Weiter. Rein mit uns. Das wird interessant, das Level. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ich muss da irgendwie wieder versorgen. Wir müssen was sehen. Ach du Scheiße. Ach du... Die Frage ist, wo die Star-Coin da ist, sind. Okay. Okay. Ich hab's ja keine Star-Coin gesehen. Aber die kommen wahrscheinlich noch. Ich muss nur aufpassen. Ich hab' ich da durch... Das war jetzt eher zu dumm. Das war viel zu dumm. Okay. Haben wir. Wo war das Secret hier? Okay. Das wird... Interessant. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ist da noch was? Yeah. Die Frage ist, wer mit da rein? Da rein. Ich hab's da nicht falsch. Falls doch... Dann bereue ich das ganz schnell, ne? Eins. Zwei. Oh. War richtig. Geil. Secret X. Wir können weiter. Ich würd' sagen, damit hätten wir das nochmal abgeschlossen. Wir können jetzt noch das eine Level machen. Und da machen wir im nächsten Mal weiter dann mit den normalen Leveln. Dann einmal hoch mit uns. Da noch stellt dieses Level... Den Bonus. Oh, shit. Ich weiß, was jetzt kommt. Wenn ich das schon so sehe, dann krieg ich... Du musst jetzt genau aufpassen, wie du spielst. Du spielst mit denen hier. Die einen fliegen hoch. Und die anderen tiefer. Genau. Hab ich? Oh ja, Alter. Mit Eiche Mario ist es deutlich einfacher und angenehmer. Die Frage ist... Ob das die beste Lösung ist, ne? Weil... Jetzt müssen wir erstmal auf die drauf landen. Hab ich? Oh ja, Alter. Genau. Oh Gott. Du musst genau aufpassen, was du tust hier. Weil das ist das große Problem an dem Level. Ja. Oh ja, wir müssen da auf den drauf landen. Runter, 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 runter. Hoch mit dir. Genau. Bin ich mal selbst gelandet. Ah ja, Alter. Am Arsch. Die Fahrze hätte ich euch ersparen können, ne? Oh. Oh, Scheiß. Verzieh dich. Genau. Jetzt bist du los. Ich hab in die Röhre zu kommen. Die Mut, was wir in die Röhre müssen, oder? Oder auch nicht. Ach, schade. Doch, hätten wir müssen. Fuck. Naja. Es gibt immer ein nächstes Mal, nicht wahr? Wir haben es wenigstens geschafft. Und doch noch eine Double Two gemacht. Geil. Was geben wir dafür? Wir fragen. Einfach mal tot. Check her. Ein Püt. Ja. Man nimmt, was man kriegt. Nicht wahr? Nicht wahr? So. Wo führt uns das hin? Da hin. Okay. Ist die Frage, ob du kurz abgezahlt hast? Gut, wir holen uns doch schnell die andere Starcoin. Es hat geklappt. Ich bin drin. Ich bin verfickt drin. Sowas von hart drin. So. Stell euch vor, hier an dem Schaden genommen. Stell euch das vor, Alter. Das wäre so peinlich. Überlistet. Wir sind durch und können hier weitermachen im nächsten Mal. Von daher. Kommt, wir haben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und. Ciao.